Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch regelmäßig auf dem Laufenden halte, wenn es etwas Neues zum Altersvorsorge-Depot gibt. Und in der Tat, es gibt wieder ein paar Neuigkeiten, denn Christian Lindner hat auf einer Konferenz in Berlin ein paar Details verraten, die in dem geplanten Gesetzesentwurf stehen sollen. Und welche das sind und was das für uns bedeutet, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Christian Lindner hat also auf einer Konferenz in der vergangenen Woche ein paar mehr Details zum Altersvorsorge-Depot preisgegeben, beziehungsweise das, was dann letztendlich in dem Gesetzesentwurf eingebracht werden soll. Das bezieht sich einmal auf das Thema Förderung, also wie wird gefördert und in welcher Höhe. Dann welche Wertpapiere dürfen jetzt investiert werden und welche nicht. Und wie können wir dann das Geld im Alter verfügen? Also wie können wir es aus dem Altersvorsorge-Depot wieder rausnehmen? Und diese drei Fragestellungen, die schauen wir uns eben jetzt an. So, es gibt also Neuigkeiten zur Förderung beim Altersvorsorge-Depot. Wie sieht denn der aktuelle Stand nun aus? Es ist geplant, dass für jeden Euro, den du in das Altersvorsorge-Depot einzahlst, der Staat dir nochmal 20 Cent, also 20 Prozent, obendrauf dazu gibt. Und das bis zu einem maximalen Einzahlungsbetrag von 3.000 Euro. Das bedeutet also, wenn du 3.000 Euro selber einzahlst, kriegst du vom Staat nochmal maximal 600 Euro mit dazu, was schon eine sehr, sehr attraktive Prämie ist. Das Gute ist auch, es ist nicht an Einkommensgrenzen gekoppelt, sondern an diesen Anspruch bekommt sozusagen jeder, wenn du eben mindestens 120 Euro im Jahr in den Vertrag einzahlst. Aber wenn du eben diese maximalen 600 Euro haben willst, dann musst du eben 3.000 Euro einzahlen, was ich mal sage mit 250 Euro im Monat auch noch ein Betrag ist, die man für seine Altersvorsorge eh ganz gut zurücklegen sollte. Eine weitere Förderung betrifft Kinder. Hier sind es sogar 25 Cent pro eingezahlten Euro, allerdings nur bis zu einem Maximalbetrag von 1.200 Euro, also 100 Euro im Monat. Und das rechnet sich dann um in eine Förderung von 300 Euro pro Kind. Also wenn du sozusagen für dein Kind nochmal 1.200 ansparst, kriegst du nochmal 300 Euro oben drauf. Dann soll es noch eine Förderung für Berufseinsteiger geben. Hier ist im Gespräch, dass 200 Euro in den ersten drei Jahren des Berufseinstiegs vom Staat in das Altersvorsorge-Depot eingezahlt werden. Damit möchte man eben gerade Leute, die neu an den Kapitalmarkt herankommen, eben nochmal zusätzlich einen Anreiz geben, jetzt schon möglichst früh mit dem Sparen in Wertpapiere zu beginnen. Und dann gibt es auch noch eine Förderung für niedrige Einkommen, nämlich für alle die, die unter 26.250 Euro Einkommen im Jahr haben. Da gibt es nochmal on top 175 Euro vom Staat mit dazu. Also alles in allem ein sehr, sehr rundes Angebot. Was es auch noch geben soll, ist, dass die Beiträge, die eingezahlt werden, auch noch von der Steuer abgesetzt werden können, im Rahmen der Sonderausgaben. Da kommt es aber nochmal ein bisschen darauf an. Du hast ja auch andere Ausgaben im Rahmen der Sonderausgaben, ob du dann an diese Maximalbeträge dann herankommst. Aber grundsätzlich sollen eben auch die Einzahlungen in den Altersvorsorge-Vertrag eben von der Steuer abgesetzt werden können. Was natürlich bleibt und sich nicht ändert zu dem vorigen Stand, den ich euch mitgeteilt habe, ist die steuerfreie Umschichtung innerhalb des Altersvorsorge-Depots. Das heißt, wenn du also Aktien kaufst, verkaufst, ETF kaufst, verkaufst, da bei Gewinne anfallen, werden keine Steuern abgeführt, sondern es werden erst Steuern abgeführt, wenn du aus dem Altersvorsorge-Depot etwas entnimmst. Dazu aber später nochmal mehr. Bei den Wertpapieren, die du in deinem Altersvorsorge-Depot nutzen darfst, da hat sich Christian Lindner auch nochmal konkretisiert. Also es ist jetzt im Gespräch und auch bestätigt worden, dass Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen im Altersvorsorge-Depot eingesetzt werden dürfen oder werden sollen, weil es ist ja noch nicht beschlossen. Was explizit ausgeschlossen wird, sind spekulative Instrumente wie Optionen, Optionsscheine, Zertifikate und auch Kryptowährungen. Die sind natürlich grundsätzlich nicht verboten. Du kannst in deinem freien, privaten Depot ganz normal investieren, wenn du das möchtest. Aber Christian Lindner sagt halt, ja, der Staat möchte halt nicht Spekulationsobjekte fördern, sondern wirklich den langfristigen Vermögensaufbau. Und deswegen sind diese Wertpapiere eben ausgeschlossen. Finde ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so schlimm. Ja, es geht ja darum, wirklich mit Aktien langfristig ein Kapital aufzubauen und ob man dann jetzt das im Fondsmantel oder im ETF-Mantel noch macht, das spielt erstmal keine Rolle. Man kann ja auch die Einzelaktien kaufen. Das ist eine solide Art und Weise, Geld anzulegen, wenn man eben auf eine breite Streuung achtet. Da müssen es nicht in dem Fall jetzt auch noch Kryptowährungen und sonstige Assets sein. Die kann man ja wirklich auch in seinem privaten Depot dann umsetzen. Auch das wurde auf der Konferenz in Berlin näher konkretisiert. Bisher hatte ich ja gesagt, dass man ab dem Renteneintrittsalter und dann in monatlichen Raten sein Geld entnehmen kann. Das ist anscheinend jetzt geändert worden oder anders geplant. Man kann ab dem 65. Lebensjahr aus seinem Altersvorsorge-Depot Entnahmen tätigen, die natürlich monatlich, aber eben auch einmal entnahmen. Und das ist natürlich dann eine ganz tolle und runde Sache, weil man dann viel, viel flexibler ist bei dieser ganzen Entnahme seines Vermögens aus dem Altersvorsorge-Depot. Und wenn man im Alter ist, dann kommt ja diese nachgelagerte Besteuerung dann zum Tragen. Also die Steuer fällt dann oder der Gewinn bzw. der Gewinn, der versteuert werden muss, fällt erst dann bei Entnahme an. Und in der Regel hat man ja dann im Rentenalter auch einen niedrigeren Steuersatz. Und wenn man das dann über mehrere Jahre gut verteilt, dann sollte das steuerlich auch recht attraktiv sein. Aber wie gesagt, genaueres muss man dann mal anschauen, wenn es entsprechend dann veröffentlicht wurde. Ja, aktuell wird ganz fleißig an dem Gesetzesentwurf geschrieben. Es soll aber anscheinend im September, Anfang Oktober wirklich veröffentlicht werden. Und dann geht natürlich der gesamte Gesetzgebungsprozess seinen Weg. Christian Linden hatte aber auf der Konferenz schon etwas eingeschränkt. Denn es kann sein, dass aufgrund dieser kurzen Fristen, die man jetzt hat, und es soll ja ursprünglich am 01.01.2026 eingeführt werden, es ist ja dann nicht mehr allzu lang, dass es dann vielleicht doch etwas noch nach hinten geschoben wird. Da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das die nächsten Monate sich so entwickelt. Ein Grund dafür ist natürlich auch die Zeit, die die Banken und Finanzinstitute brauchen, diese Produkte dann überhaupt einzuführen, also das Depotmodell einzuführen. Und dann gibt es wohl auch noch einen Zertifizierungsprozess für die Produkte, die dann in dem Altersvorsorge-Depot eingesetzt werden können. Wie das genau ausschaut, weiß ich natürlich jetzt aktuell nicht. Aber man kann sich vorstellen, wenn da plötzlich 5.000, 10.000 Produkte irgendwie klassifiziert und zertifiziert werden müssen, dass das von irgendeiner Behörde auch erstmal abgearbeitet werden muss. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Aber keine Panik. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir es am 01.01.2026 bekommen. Da ist jetzt so viel Power und so viel Interesse an dem Thema dran, dass ich da einfach hoffe, dass es wirklich noch gelingt. Wenn nicht, werden wir es sehen. Dann kommt es halt vielleicht ein halbes Jahr später. Wichtig ist ja, dass die Konditionen, wie ich sie eben vorgestellt habe, auch wirklich so kommen. Dann wäre es nämlich aus meiner Sicht eine richtig tolle Sache. So, das war das Update zum Altersvorsorge-Depot. Ich bleibe natürlich für dich dran und werde dich umgehend informieren, wenn es gravierende Entwicklungen in diesem Bereich gibt. in Videoform oder in dem Artikel, den ich schon erwähnt hatte. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Am besten speicherst du dir den Artikel auch mal ab und teilst dir mit vielen deiner Freunde gerne auch dieses Video, damit alle ausführlich über das Altersvorsorge-Depot informiert sind. Wenn es dann losgeht, können wir nämlich alle gleich loslegen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ein Like da lässt. Abonnier am besten auch gleich den extra ETF-YouTube-Panal. Dann verpasst du keine Updates mehr rund um die Geldanlage mit ETFs und natürlich auch mit dem Altersvorsorge-Depot. Und wenn du einen speziellen Wunsch hast zum Altersvorsorge-Depot, dann schreib den doch am besten auch gleich mal in die Videobeschreibung. Bin schon gespannt, ob da der eine oder andere Wunsch von euch noch dazukommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.